wir haben eigentlich ich bin immer noch der meinung wir haben echt nicht viel getrunken und trotzdem war mir echt böse voll was reingemix oder es war einfach der abend ambiente und so weiter ambiente und natürlich an die ente ja die motion und schild die motion und schild show me what you got rick and morty ich kann die serie echt nur empfehlen richtig geil oh doppelt es der wii gedöns ist es bei uns? ne im gegner die links bei Daniel hinter dir links bei mir jaa ist ich erledigt ne doch nicht schade für dich schade für dich ich wollte aber auch wissen, ein Daniel ist direkt bei dem hehehehe richtiger dreckiger Junge oh scheiße aber ich hab einen geschützhafter hingestellt neid ach hehehe ich will uns hacken ja ja würd ich auch ah hh 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 mein geschützt fangt auf hehehe hh 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 Ich übrigens auch, ich hab auch meinen Teil. Alter, die haben wir halt mal so richtig weggemacht, ey. Ja man, Alter, das ist echt böse. Junge, Junge, Daniel hat zwölf Kids, Alter, das ist krass. Ja man. Jetzt hab ich auch meine Zeiten. Ey, scheiße, ich glaub die sind bei mir oben drauf. Wo bist du? Ja. Warum hab ich denn keinen Sinn? Hast du? Ich hab ihn. Cool. Ich hab einen auf mir drauf. Geil, danke. Ja, der Kern. Ich drück's immer noch. Was? Was? Woah. Die ist alles voll! Ich hab den Titan runter. Alter, der ist so tot, der ist so tot. Hör dich auch dran, ey. Bam! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hier kommt ein Gegner. Ich hab einen nochmal drauf. Ich hab jetzt schon nur noch... Ah, 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 ah. Hä? Schau, 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 schau. Ein Titan bisschen da irgendwo. Ich hab Ulti, lass mich mal vorgehen. Ich hab auch Ulti, die. Ich hab auch Ulti, die. Chill mal. Ich hab jetzt schon 100 Millionen Punkte, ey. Oh, Alter. Oh, Gott, wie das ich mich gelassen. Hab ihn gefunden. Doch nicht. Der ist rechts. Aber rechts ist einer langgegangen. Der versteckt sich. Der versteckt sich. Der versteckt sich nicht. Hier ist er, hier. Die versteckt sich. Ah, er hat mich getotet. Scheiße. Da hat jemand gerade Unterstand verdoppelt. Fuck. Hier sind Titan runtergekommen. Au. Ja. 300 zu 80. Ich bin warm gespielt, Leute. Ach ne? Darf ich dich mitnehmen, Baby? Oh, ich richtig. Oh. Jetzt hat er mich. Oh, ich wollte gerade auf ihn aufsteigen. Wollen wir den eine Falle stellen? Wie denn? Ich dachte was vor, ich bin da dran. Kommen wir gleich, hier ist noch Ronin. Die sind beim Wrack, links. Boah, Alter, die Altinator auf Entfernung. Ich liebe das. Ja man, wie ein Toaster, Alter. Geht nicht, Alter. Toll, ich sehe wieder gleich. Das ist das Feuer von uns, ja, ne? Holy Shit. Ah, das ist Titan. Oh, schon da seid ihr Augen unterhalten. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Boah. Das ist ein Spiel. Boah, ich wollte mich einfach zum Hagen verteilen. Ach, Scheiße. Da sind die Dinger vorher hochgegangen. Summe direkt hin. Ich war in der Phase drin. Heftiger Scheiß. Die wiederum grün lang. Hä? Kann man gar nichts sehen. Fuck. Da steht mein Titan irgendwo rum. Ganz ohne mich. Nee, aber... Wollen wir tauschen? Ich hab den... Ich hab den Legion unten... Oh. Da auch den Legion. Oh, fuck. Der fehlt mich, der Reaper. Das war's von mir mit meinen Titan. Da komm ich nicht mal rein. Ja, der ist weg. Scheiße. Ach, da bin ich doch gar nicht. Ach, das ist unser. Heftiger Scheiß. Oh, ich bin gar nicht mehr Erster. Oh. Getötet, mein Freund. Er hat nicht einen Titan, ne? Doch einen. Scheiße. Ich hab null. Die hatten aber auch nicht so viele. Oh, ich hab nur noch. Oh, ich hab noch nicht mehr. Ich hab noch nicht mehr. Und, er hat die Kuppiert. Schade für dich. Juhu, alle weg? Ne, einer lebt noch. Wartig erledigt. Oh, ha ha. Alter Schöne. Ja gut, Leute. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Peace.